Ausgangsspannung ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Operationsverstärkern. Der Anschluss, der in dem eingeblendeten Schaltzeichen eines Operationsverstärkers markiert ist, ist der Anschluss für den Ausgang. Hier liegt die schon verstärkte Spannung an. Das Formelzeichen ist hier UA, die Einheit ist klar Volt. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.